Untertitelung des ZDF, 2020 Redest du so Mist? Du weißt, was du zu tun hast. Deinen Scheißsaus aus dem Weg bewegen! Pass auf, wie du mit mir redest, Mann! Verpiss dich, komm hier einfach nur Salz! Das ist kein Miesblatt! Ich sag's nicht nochmal, ihr habt hier nichts zu suchen! Ich werde aufs College gehen, aber ich werde auch skaten. Jo, Mikey, skate, bro! Dein Fokus wird auf dem College schließen. Das tat sogar ganz gut. Glaube ich dir. Ja. Das sieht echt nicht gut aus. Nächstes Mal werde ich ihm den Arsch fassolen. Ist das deine Art zu kämpfen? Hast du nicht Wasserballtraining? Ich bin gerade ausgetreten. Ich will mich nur auf eine Sache konzentrieren, weißt du? Und die wäre? Ich werde Profi-Skater. Wow. Klingt cool. Jeder redet davon, wie gut du skatest. Aber er hat einen kleinen Penis. Ich weiß, dass er einen kleinen Penis hat. Ich seh's ja an seiner Hose. Guck mich auf meinen Schwanz, Mann. Recht daran. Geradeaus, geradeaus. Gut, sehr gut. Jetzt bewegt deinen Kopf. Ich will mich auf Skaten fokussieren. Du brauchst Struktur im Leben. So ein Scheiß. Wie war das? Wie war das? So little time and so much, so much to do. Ich kümmere mich um uns. Alles klar. Rennt, rennt, rennt. Los, 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 los. Viele, die versuchen, irgendwie Profi zu werden, enden in irgendwelchen Skater-Shops hinter der Kasse. Denkst du, du bist das Besseres? Ich kümmere mich um uns.